Die Älteren unter Ihnen kennen vielleicht noch den Fußballer Jürgen Wegmann, der einmal den legendären Satz gesagt hat, erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Und so ein bisschen ist das jetzt auch bei den Märkten, die hatten erst kein Glück. Schon am Freitag war ein auffallendes Fehlen von Glück zu konstatieren und jetzt kommt auch noch Pech dazu. Und das, obwohl Monsieur Macron die Wahlen in Frankreich gewonnen hat. Und das schwebte ja so ein bisschen als Damoklesschwert über den Märkten, auch wenn sich zuletzt immer klarer abzeichnete, dass Le Pen wohl diese Wahl verlieren wird, damit eine Spaltung, eine Aufspaltung der Eurozone einigermaßen vom Tisch ist. Und so ist es dann auch gekommen. Macron etwa 58 Prozent der Stimmen mit einem doch sehr klaren Sieg. Und da waren dann schon Agenturmeldungen wie von Reuters draußen, die gesagt haben, ja, das wird die europäischen Märkte beflügeln, wenn Macron jetzt hier so klar als Sieger hervorgeht. Aber nein, das ist nicht der Fall. Wir sehen die Futures im Minus, denn es kommen zwei Dinge jetzt zusammen. Die Märkte haben nach 25.327 Jahren realisiert, dass die Fed es wirklich ernst meint. Die Leitung der Aktienmärkte ist gelegentlich etwas länger. Am Freitag haben sich US-Banken überschlagen wie Citigroup, wie Nomura. Die sagten, ja, also die Fed wird jetzt mehrfach die Zinsen um 0,75 Prozent anheben oder wird in sehr großen Schritten jetzt die Zinsen anheben. Plötzlich alle in Panik. Aktienmärkte wie der Nasdaq am Freitag gefallen. DAX hat sich noch relativ gut gehalten, aber der wird heute durch etwas anderes belastet, nämlich durch die Wahrscheinlichkeit, dass der Lockdown in China sich ausweiten wird. Diese Grafik hier unten, die mir jemand dazu geschickt hat, die bringt es auf den Punkt, als der Ukraine-Krieg ausbrach, die Invasion der Ukraine durch Russland. Da ging es zunächst mal ein bisschen nach unten, aber dann schnell wieder nach oben. Grausam. Putin macht ernst. Dann kam wieder die Erholung. Jetzt aber noch viel grausamer. Paul macht ernst. Die Fed macht ernst. Und da hört der Spaß dann für die Märkte auf. Haben wir irgendwie ein Szenario, das im Worst Case in einem Atomkrieg müden kann. Dann sagen sich die Aktienmärkte, ja gut, ne? Ja gut, ist halt wie es ist, ne? Aber wenn die Fed die Liquidität zu entziehen droht, dann ist dem Junkie die Laune wirklich vergangen, weil dann der Dealer sagt, ist nichts mehr. Und das ist genau das, was wir derzeit sehen. Schauen wir uns jetzt mal hier die Erwartungen an. 10 Rate-Hikes für dieses Jahr erwartet. Wie gesagt, wenn die Fed mal 0,5 oder 0,75 Prozent die Zinsen anheben würde, dann wären das 2 beziehungsweise 13 Zinsanhebungen. Und unten sehen wir inverse die stets steigenden Erwartungen für Zinsschritte. Nämlich 10 oder mehr sehen wir aktuell eingepreist. Während der Nasdaq das nur so ein bisschen mitgemacht hat. Der Nasdaq, die Tech-Werte sind ja normalerweise am stärksten betroffen, wenn die Zinsen nach oben gehen. Inzwischen haben wir eine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass es am 4. Mai mit einem 0,5er Zinsschritt losgehen wird. Und dann eine 87-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass am 15. Juni die Fed sogar um 0,75 Prozent die Zinsen anheben wird. Und dann nochmal 87 Prozent für einen Zinsschritt im Juli von 0,5 Prozent. Das wären also 1,75 Prozent in drei Monaten. Das wären die stärksten Zinsanhebungen seit dem ersten Halbjahr 1980. Damals war es, Paul Volker, der 800 Basispunkte die Zinsen anhob. Also 8 Prozent, da sieht man schon, da ist was in der Mache. Und damals wie heute ist es die Inflation, die die Fed dazu zwingt. Und das Lustige ist, dass sie glaubt, eben hier ein Soft Landing irgendwie gestalten zu können. Hier unten sehen Sie eine Grafik, die zeigt, wie die Fed da in einem Flugzeug sitzt, das ungespitzt in den Boden rahmen wird. Und glaubt, man könnte hier ein Soft Landing produzieren. Das zeigen die Aussagen von Jerome Powell, der sagt, der Arbeitsmarkt ist too hot, der ist zu heiß. Er glaubt also, dass dieser Arbeitsmarkt so stark ist, dass selbst ein Bremsen der Geldpolitik durch die Fed eben nicht zu einer großen Arbeitslosigkeit führen wird. Paul irrt sich. Es sind Akademiker weitgehend, die wenig Praxiserfahrung haben, diese Fed-Mitglieder. Einer, der etwas mehr Praxiserfahrung hat, ist John Roberts, ein ehemaliger Fed-Economist, also jemand, der der Fed-Daten aufbereitet und analysiert hat. Der sagt, die Fed müsste jetzt eigentlich die Zinsen über 4 Prozent anheben. Wenn sie es nicht tut, dann wird sich die Erwartung der Konsumenten verstetigen und die Inflationserwartung nämlich. Und die Inflation über 3 Prozent bleiben dauerhaft. Und genau das ist das Motiv, warum die Fed hier handeln muss. Hier sehen wir mal, wie immer praktisch Fed-Hiking-Cycles mit De-Leveraging-Events enden, also Enthebelungsevents. Wir sehen das, oder haben gesehen, ja besonders jetzt im Corona-Crash, als die Notenbanken all-in gegangen sind, sind auch die Konsumenten all-in gegangen, sind vor allem die Investoren all-in gegangen, gehebelt, massiv gehebelt. Hurra, 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 Liquidität, da mag die Wirtschaft absaufen, wie sie will. Wir spielen den Drogenrausch, weil die Fed eben und andere Notenbanken massiv diese Drogen spendiert haben. Und wenn dann dieser Drogenentzug kommt, dann ist die Laune ein bisschen schlecht. Und viele, die werden dann auffällig, die sind so mitgeschwommen auf dieser Welle. Aber wenn dann das Wasser weg ist, dann sieht man, dass die Unterhose fehlt. Und das ist genau das Problem, das jetzt viele haben. Und wir sehen, dass die Märkte jetzt, vor allem die Wall Street, nicht der DAX unbedingt, aber die Wall Street natürlich sehr, sehr teuer ist, in einer Situation, wo jetzt eben das Wasser wegzugehen droht. Und man dann sieht, was unterhalb der Hüfte passiert. Jetzt haben wir hier mal die Situation, die sich darstellt, die Positionierungen. Die Stimmung ist ja sehr, sehr bärisch. Das ist klar, wir haben negative Stimmung in den Börsenbriefen in den USA. AII Investment Survey zeigte, dass da die Privatanleger sehr, sehr bärisch sind. Das ist das eine. Die Dickfische sind auch ein bisschen skeptisch, was die Konjunktur betrifft, aber nicht das, was sie sozusagen faktisch gemacht haben. Sie sind nach wie vor ziemlich deutlich positioniert, zumindest in Relation zu dem, was sie eigentlich an eher unschöner Zukunft erwarten. Das ist genau das Problem, dass trotz der bärischen Stimmung, die normalerweise ein Kontraindikator für die Märkte ist, jetzt die Positionierung noch zu bullisch ist eigentlich anhand der Fakten, die wir jetzt hier sehen, nämlich diese starke Straffung, die jetzt sich ankündigte durch die Fed und auf der anderen Seite die ökonomischen Probleme, die sich jetzt weiter ankündigen durch das, was mit China etc. passiert, diese Lieferengpässe, Materialmenge, all diese Dinge, die da auf uns zukommen. Und die Bank of America sagt deswegen, ja, wir stehen jetzt am Anfang erst eines Geldabzugs. Viele realisieren jetzt erst, Mensch, die Fed meint es wirklich ernst. Also raus aus Risikoassets. Genau dieser Prozess ist schon im Gange. Wir sehen deutliche Abflüsse, wie die Bank of America hier zeigt, aus Aktienmärkten. Und das dürfte sich fortsetzen, so sagt man da. Erholungen sind jederzeit drin in diesem Markt, gar keine Frage, aber Erholungen sehen wir eben auch in Bärenmärkten. Und ich glaube, dass wir es derzeit jetzt immer mehr oder immer mehr Anzeichen dafür gibt, dass wir in einem Bärenmarkt sind. Wir kommen von Record Easing zu Record Tightening. Wir kommen also von Ultralachsenkonditionen, was die Situation für die Unternehmen angeht. Hier gibt es einen Index, der Cyclical Cost Index, der sozusagen zeigt, wie sind die Kosten der Unternehmen. Und die Kosten sind so stark gestiegen für die Unternehmen, dass sie die Preise anheben müssen, dass das Ganze auf die Marge geht. Dass jetzt gleichzeitig die Zinspolitik sich verstärkt, also praktisch das Geldleihen nicht mehr so billig und so einfach gehen wird. Stay away from risk assets, risk on strategies, sagt hier dieser Tweet. Jedenfalls sehen wir das mal runtergebrochen. Konkret bei deutschen Firmen, wie der Spiegel hier berichtet, dass allein die steigenden Energiekosten, Öl, Gas, dafür sorgen, dass hier ein großflächiger Investitionsstopp passiert. Das heißt, man investiert nicht mehr, man wird vorsichtiger. Da ist die Rezession praktisch schon, ja, sich ankündigend und vielleicht und sehr wahrscheinlich auch eine Stagflation, denn 90% der befragten Firmen rechnen damit, ihre Preise zu erhöhen. 90% das heißt, die investieren nichts mehr, das ist der kommende Abschwung und auf der anderen Seite erhöhen sie die Preise. Das ist die kommende Inflation, also Stagflation, auch wenn dieses Wort nicht so richtig passt, Rezessflation oder welche Wörter man auch immer dafür gebrauchen kann. Jetzt kommen wir nochmal zurück zur Wall Street am Freitag. Wir sehen, dass alles gefallen ist und das ist jetzt auch der Punkt, der auffällig ist. Es wird alles abverkauft, eben auch etwa Energie, das ist ja der einzige Sektor in diesen elf Sektoren im S&P 500, der deutlich positiv war seit Jahresbeginn. Und vor allem Consumer Discretionary wird abverkauft, Materials werden abverkauft, so war das zumindest am Freitag der S&P ja mit einem Verlust von knapp 3%. Die US-Indice ist fast unisono um die 3% verloren und während wir im Corona-Crash und dann mit Auszahlung der Helikopterschecks in den USA gesehen haben, dass die Leute gegoogelt haben, Buy Stocks, Aktien kaufen, ist das jetzt nicht mehr der Fall, eben weil das Geld teilweise schon verprasst ist, dieses Helikoptergeld. Und so sehen wir jetzt eine Situation, dass die S&P etwa 10% im Minus ist, der S&P 500, der Leitindex, und die Anleihen 19% im Minus sind TLT oder das ETF, das diese länger laufenden Anleihen abbildet. Das heißt, es gibt irgendwie kein Place to hide, es gibt kein Versteck. Früher war es ja so oder ist es ja meistens so, naja, wenn die Aktien nicht gut laufen, dann gehe ich in Anleihen, wenn Anleihen nicht gut laufen, gehe ich in Aktien. Denn das ist jetzt beides unter Druck und das macht die Geschichte für Profi-Investoren so schwierig, zumal jetzt eben auch die einstigen Highflyer abstürzen. Teladoc 81%, eine PayPal 73%, eine Netflix 71%, ein Gesichtsbuch minus 53%, Meta also, selbst eine Amazon 23%, Tesla nur 19%, Apple nur 11%, das sind die beiden letzten Mohikaner, die sich noch halten. Die Frage ist, wie lange, da will ich mal auf meine Freundin, zweitböste Freundin Cathy Wood verweisen. Und da ist es ja interessant, die hat ja ihre Performance verengstfacht. Die ist ja letztendlich ein Symptom und ein Symbol dieser Notenbankenblase, die da erschaffen wurde. Jetzt sehen wir, dass das Wasser abläuft und Frau Cassie vielleicht da nicht adäquat angezogen ist in diesem Ambiente. Es geht runter, ihr ARK Innovation hat 45% verloren. Dennoch stecken die Leute massiv Geld in diesen ARK. Und das ist etwas Typisches, als das Ding nach oben geschossen ist, waren wenige dabei. Dann kommt der Erfolg, kommt der Erfolg. Es fließt Geld rein, die kaufen viel zu hoch ein. Diese Leute verlieren jetzt massiv Geld. Und das ist sozusagen das Problem an der Geschichte. Und gleichzeitig eine Cassie Wood, die sagt, ja, ich erwarte 50% Rendite im Monat, im Jahr. Dann Kursziele etwa für Tesla ausruft von 4.600 Dollar. Gleichzeitig aber Tesla Aktien verkauft hat, während sie sagt, ich erwarte einen Kurs von 4.600 Dollar. Aber die gute Dame ist religiös veranlagt und glaubt, denke ich, an das, was sie da sagt. Aber für diejenigen, die dem folgen, die fliegen richtig auf die Nase und da wird richtig Geld verbrannt. Das ist möglicherweise der erste Kollateralschaden des Platzens der Blase. Und ihr Freund Elon Musk, der will jetzt ja Twitter übernehmen. Und offenkundig sind die Herrschaften, die im Management sitzen bei Twitter, richtig unter Druck. Eben vor allem durch die Anteilseigner, durch Aktionäre, die sagen, Mensch, dann müsst ihr, wenn schon, überhaupt eine Alternative präsentieren. Ich sage, dass dieses Ding sehr, sehr wichtig ist. Diese Twitter-Übernahme durch Elon Musk würde bedeuten, dass dann Donald Trump wieder ins Geschäft besser kommt. Mit Twitter könnte er also direkt wieder mit den Leuten kommunizieren, nachdem seine Truce-Plattform ja ein ziemlicher Rohrkrepierer ist. Wäre er da sicherlich wieder mit dabei, hätte dadurch wieder mehr Einfluss auf die öffentliche Meinung. Jetzt kommen wir zu einem zweiten Punkt. Ich hatte Herrn Wegmann zitiert, erst kein Glück und dann Pech. Und das Pech sehen Sie hier, das ist China. Hier sehen wir, dass der Yuan weiter abwertet. Man munkelt jetzt, dass Peking, dass die People's Bank of China einen großen Abwertungsschritt bald machen wird. Der Unterschied zur Fed-Geldpolitik ist ja klar. Wir haben auf der einen Seite die Fed, die sagt, wir werden massiv die Zinsen anheben, Bilanz reduzieren. Wir haben auf der anderen Seite eine EZB, die derzeit permanent gegen die Wand läuft, ohne zu merken, dass sie gegen die Wand läuft. Und wir haben eine Bank of Japan, die schon gegen die Wand so geknallt ist, dass es Hilfeanrufe nach Washington gegeben hat. Helft uns der Yen, kackt ab, wir müssen etwas tun, könnt ihr nicht intervenieren. Die Amerikaner sagen, nee, lass mal. Und jetzt kommt eben noch China mit dazu, die ja auch tendenziell ihre Geldpolitik lockern und nicht strafen. Wir sehen, dass die Aktienmärkte starke Verluste heute verkraften mussten in China. Aber auch die Anleihemärkte, da ist richtig was über den Jordan gegangen. Wir sehen jetzt die meisten Todeszahlen in Shanghai. Shanghai, seit jetzt Corona der Fall ist in dieser Stadt. Wir sehen auf der anderen Seite, dass das Ganze jetzt überzugreifen droht auf Peking. Hier ist der größte Stadtteil. Chaoyang, teilweise schon jetzt im Lockdown. Die Leute horten massiv Lebensmittel, weil sie aus Shanghai die Erfahrung gesehen haben, dass die staatliche Versorgung dann nicht hinreicht, dass man Hunger leidet. Also schnell noch in die Supermärkte alles rausholen. Jetzt werden teilweise schon in Kunshan, das ist eine Stadt, die nicht weit von Shanghai ist, sind jetzt unter anderem Foxconn-Firmen geschlossen worden, die ja für Apple sehr, sehr wichtig sind als Produzenten und Lieferanten. Und hier Christian Rieck hat die These vertreten, also da geht es doch gar nicht um Corona bei den Chinesen, sondern das ist eine Art Sanktion gegen den Westen. Ich glaube, das ist wieder zu viel Nabelschau. Die Chinesen sind so mit sich selbst beschäftigt, mit ihrer Immobilienblase, mit Dingen, die uns irgendwie nicht so wirklich vertraut zu sein scheinen. Was aber hier entscheidend ist, die Partei hat einen Kontrollzwang, eine Kontrollillusion. Bei uns gibt es kein Corona, wir sind in der Lage, Corona zu besiegen und das ziehen wir durch. Da schneiden wir uns auch gerne ins eigene Fleisch, dass der Westen damit dann ein Problem hat, weil bestimmte Waren nicht mehr kommen, who cares? Aber das ist, glaube ich, nicht die Hauptintention, sondern ein Abfallprodukt dieser Kontrollillusion der kommunistischen Partei. Das bestätigen auch Leute, die gut verdrahtet sind in China und sagen, die sind derzeit total mit sich selbst beschäftigt. Jedenfalls wird das massive Auswirkungen haben, auch für uns. Werden wir dann erst merken in einigen Wochen, wenn eben diese Schiffe nicht mehr kommen. Wir haben jetzt schon die Trucking Shipping Rates, also praktisch die Transportraten, sind um 7% gefallen. Und die Volumen gehen deutlich zurück, die Preise gehen da zurück, weil schlichtweg eben zu wenig geliefert wird, was man transportieren könnte. Dementsprechend gibt es zu viel Transportkapazität auf zu wenig Ware, die transportiert werden kann. Und so sehen wir, wie die Dinge sich jetzt hier in diesem Sektor nach unten bewegen. Aber das ist keine Deflation. Das ist ein Tempo, das Runtergehen dieser Preise. Andere Preise werden deutlich steigen oder werden zumindest sehr, sehr hoch bleiben. Ob der Preis für Bitcoin hoch bleibt, das kann man bezweifeln in diesem Umfeld. Bitcoin ist, wie Sie unten in der Grafik sehen, anders als Gold, dann gestiegen als die FED massiv Liquidität und andere Notenbanken massiv Liquidität in die Märkte gepumpt haben. Jetzt passiert das Gegenteil. Wir sehen, Bitcoin heute Morgen zumindest unter 39.000 Dollar ist praktisch synchron mit der globalen Liquidität, die durch die Notenbank geschaffen werden. Wenn diese Liquidität abeppt oder eine Ebbe kommt, dann kommt auch eine Ebbe, denke ich, für Bitcoin. Und dann kommen wir nochmal zum glorreichen EZB. And the ECB ist ein Hashtag, dass Sie sich merken sollten, die EZB ist komplett aus der Kurve geflogen. Jetzt hat Lagarde gesagt, ja, Zinsanhebungen werden die Energiepreise nicht fallen lassen. Das stimmt so nicht, Frau Lagarde, denn wenn du zeigst, dass du gegen die Inflation kämpfst, dann bedeutet das ein sinkender Nachfrage. Auf der einen Seite eben auch nach Energie, was fallende Energiepreise nach sich zieht. Wenn du die Zinsen anhebst, dann senkst du die Inflationserwartungen. Damit steigt die Inflation weniger, als wenn du genau das nicht tust. Wenn du die Zinsen anhebst, dann stärkst du den Euro, sodass du dann Energie, die ja in Dollar bezahlt werden muss, eben auch wieder günstiger einkaufen kannst, etc. Also das ist wieder purer Bullshit durch Madame Lagarde. Deswegen schafft die EZB ab, denn so viel Inkompetenz und Ideologie kann und darf nicht der Fall sein. Denn das Ende wird sein, dass man uns wirklich hier ganz schön in den Mist reiten wird, um es mal so zu formulieren. Kein Mist sind diese zwei Dinge, die ich Ihnen vorschlage. Wie geht es jetzt eigentlich weiter für die Aktienmärkte? Da hat Mario Steinrücken sich mal den Nasdaq und den DAX angeschaut, aber auch Gold, Öl, Silber. Darauf möchte ich hier verweisen. Erster Artikel unter dem Video und der zweite Wochenausblick. Wie ist jetzt die Situation? Wir werden in dieser Woche ja wichtige Zahlen bekommen, unter anderem von Appelle, Donnerstag glaube ich. Also hier Wochenausblick auf DAX und Co. Und der Mario Steinrücken mit dem Nasdaq, DAX, Gold, Silber, Öl, alles was dazu gehört, diese beiden Sachen unter dem Video. Ich sage jetzt Servus und Ciao.